Ich habe euch wieder abstimmen lassen, was eure Lieblingssorten sind. Heute von der Marke Fog Your Life. Ich bin sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Und am Ende gibt es auch noch meine persönliche Topliste. Wir fangen direkt an mit den am wenigsten für abgestimmten Sorten im Schnelldurchlauf. Ganz unten hätten wir erstmal Wassermelone, Kaugumminze und für sich Ananas. Danach kommen Fantasia Orange und Lemon Ice. Danach kommt Pfefferminze. Muss ich aber dazu sagen, als wir die Abstimmung erstellt haben, war der noch sehr, sehr neu. Das heißt, bei dem Pfefferminze glaube ich, dass die meisten Leute den einfach noch nicht probiert haben, als wir die Abstimmung gestartet haben. Ich würde mir denken, dass der deutlich weiter oben wäre, wenn der schon bekannter gewesen wäre zum Zeitpunkt der Abstimmung. Und danach kommt dann noch der Eiskaktus. Jetzt sind wir in der Top 10 angekommen und jetzt wird es auch langsam so richtig spannend. Platz Nummer 10 und für mich ein bisschen überraschend, weil ich persönlich den doch etwas weiter oben angeordnet hätte, ist der Pfirsichminze. Für mich ein sehr leckerer Pfirsichtabak, der mich sogar mal wieder zum Pfirsichrauchen gebracht hat. Also bei mir war Pfirsich, abgesehen von ab und zu Tangiers, 4Play on the Peach oder sowas, war der eigentlich schon komplett raus. Also ich habe fast gar keinen Pfirsich mehr geraucht. Dann kam der Fock Your Life und der hat mich erst wieder zum Pfirsichrauchen gebracht. Also ich persönlich hätte den weiter oben angeordnet. Danach kommt Blaubeereminze. Da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Bin kein großer Fan von Blaubeere. Deswegen hat der mich auch nicht sonderlich beeindruckt. Aber bei euch auf Platz Nummer 9. Platz Nummer 8 danach ist der Sour Lime Nana Mint. Und das kann ich nachvollziehen. Ist eine solide Sorte, die definitiv eher so in die obere Hälfte gehört, aber mich jetzt auch nicht geisteskrank umgehauen hat, sodass der auf jeden Fall in die Top 3 oder Top 5 müsste. Was mich aber überrascht hat, war, dass der saure Apfelringe die nächste Sorte auf der Liste ist. Und so wie ich das Feedback immer in den Streams und so bekommen habe, hätte ich gedacht, dass der bei euch ein bisschen weiter unten ist. Platz Nummer 6, der letzte vor der Top 5. Da ist mir gerade das Köpfchen ein bisschen zu heiß geworden. Guck mal, was da rauskommt. Uiuiuiuiui. Und zwar ist Platz Nummer 6 rotes Waldbeereneis. Und auch da gehe ich mit euch. Eine sehr solide Sorte, die definitiv eher weiter oben hingehört, aber auch nicht ganz, ganz oben hingehört. Aber sehr, sehr solides Ding. Wir kommen zur Top 5. Und den letzten Platz in der Top 5 belegt Mango Maracuja. Für mich echt eine solide Sorte. Sehr, sehr nice. Genau das, was draufsteht, ist auch drin. Wir haben wieder eine Mango und eine Maracuja in einer schönen Zusammensetzung. Und mich persönlich holt man ja auch immer mit so einer schönen, exotischen Fruchtmischung ab. Und von daher absolut solide. Gut, Platz Nummer 5 gehe ich mit euch. Dann haben wir Platz Nummer 4. Und das ist der Traubeminze. Und ich muss sagen, für mich am Anfang auch eher so Richtung Platz 4, 5, 6 irgendwo gewesen. Aber in letzter Zeit rauche ich dann wirklich sehr, sehr oft Platz Nummer 3. Und das war für mich wirklich eine Offenbarung. Ein komplettes Überlaufen von dieser Kategorie an Tabaksorte, an Geschmack, Cola. Cola. Original Cola. Für mich mit Abstand die beste Cola-Sorte auf dem Markt. Und auch bei dem Platz Nummer 2 und dem Platz Nummer 1 gehe ich mit. Platz Nummer 2, marokkanische Minze. Als ich den in der Berliner Fabrik von Focke Live probiert habe, war ich sofort komplett verliebt. Es ist wie ein marokkanischer Minztee. Ihr dürft euch das nicht vorstellen wie die Oldschool-Minze, die man immer so im Tabak drin hatte. Der ist nicht so hardcore kühlend, wie man das von anderen Minzsorten kennt. Es schmeckt eher nach Minze. Das heißt, dieser natürliche Geschmack von einer Minze, deswegen sage ich auch immer, stellt euch das eher vor wie so ein Minztee. Da schmeckt man die Minze gut raus und der hat so einen ganz leichten, kühlen Effekt. Aber der ist jetzt nicht geisteskrank kalt. Und genau so ist eben auch der marokkanische Minze. Den kann ich im Sommer pur wegballern, den kannst du aber auch literally zu jeder anderen fruchtigen Sorte mit reinmixen. Und deswegen definitiv Platz Nummer 2. Trommelwirbel, der Platz Nummer 1, wie bei mir, als auch bei euch, der Zitrone-Minze. Und beim Zitrone-Minze ist es, wie ich es vorhin beim Pfirsich-Minze erzählt habe, nur noch viel krasser. Ich habe fast kein Zitrone-Minze mehr geraucht. Es gab noch den Crystal Yellow von Alfacher, was auch eine gute Zitrone war, mit so einer kühlen Note. Aber dadurch, dass Zitrullin und andere Stoffe durch TPD-2 verboten wurden und wir das umgehen können mit Fuck Your Life, ist das einfach geisteskrank nice und hat mich komplett wieder in die Zitrone-Minze-Faszination mit reingeschubst. Bei Platz 2 marokkanischer Minze und bei Cola gehe ich mit euch. Das heißt, Platz 3 und 4 sind auch noch mit dabei. Dann hätte ich aber wahrscheinlich eher sowas wie Pfirsich-Minze weiter oben gesehen. Mango-Maracuja ist auch gut. Aber wir stimmen da schon recht gut überein. Also sehen wir sehr, sehr ähnlich. So sieht eure Top-Liste von Fuck Your Life aus und meine Einschätzung davon und meine Top-Liste. Die nächste Abstimmung läuft. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Link drin. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG. Tschüss.